Nein, ich glaube nicht. Vielleicht habe ich das letztens schon mal irgendwann gemacht. Keine Ahnung. Kann ja auch sein. Ich spiele das ja hier nicht zum ersten Mal. Ja, wer es immer noch nicht gesehen hat, ist es kein Blindletsplay. Eines der wenigen. Und es ist eigentlich unmöglich, ja keinen Freeball zu kriegen, wenn man hier so Dings hat und fast alles noch da ist. So. Wirklich sehr nett. Naja, gut. Habe ich gesagt, es ist unmöglich? Es ist möglich. Es war ziemlich gut. Fuck it. So, das schaffe ich jetzt auch wahrscheinlich nicht. Scheiße. Oh, fuck. Nein. Komm, Triff, nein. Okay, replay. Ja. So wollte ich das doch haben. So wollte ich das doch haben. Ja. Und... Buun. Buun 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 buun. Das rollt jetzt einfach mit. Oh mein Gott Komm, schaffen noch Nein, nein, es war so knapp Okay Bleiben jetzt ganz ruhig Lucky Bounce Scheiße, na gut Ich seh grad wieder eine Geistgub, also echt, ist dieser da rechts, hallo, sieht aus wie so ein Baby, Baby, Manu, ich kann da jetzt nicht schon wieder verlieren, doch, nein, nein, fuck, scheiße, wie mach ich das denn, ich komm an keins so wirklich ran, scheiße, mann, so, und weh, das nimmt nicht auf, also echt, aber durch dieses, durch diese Welt bin ich eigentlich ziemlich gut durchgekommen, Nein, warum? Ich will nicht. Ach komm schon, schon, schon. Lecker, lecker. Ja, was könnte ich noch sagen? Als ich dieses Video gerade aufnehmen will, ist unser Internet abgespackt. Das heißt, zu dieser Zeit gab es wahrscheinlich jetzt gerade keine Videos. Ich weiß nicht, für wie lange. Ich hoffe mal, für nicht so lange. Und es ist Wochenende, was dieses kein Internet haben, noch mal verstärkt. Und Langeweile und Edge. Na ja, dann habe ich noch mal ein bisschen Zeit zu aufnehmen. Nein, ey, ich bin so doof. Ey, kriege ich das hier Level jetzt nicht hin oder was? Das wievielte Mal ist das jetzt? Das vierte Mal? Hallo, ich bin nicht... Okay, die linke Seite ist schon mal vollständig kaputt. So, dann noch ein Freeball dazu. So. Scheiße, Mann, das ist unfair. Das ist kacke. Danke. Komm, 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 go, go, go. Yay. Komm, diesmal schaffe ich's doch. Es sind nicht mehr viele, es sind nur noch... ...viele... ...zwo, vier, sechs. Aber wenn ich auch richtig zielen könnte, wäre es noch besser. Jetzt sind so noch die Hälfte. Jetzt ist noch mal einer. Jetzt habe ich noch mal drei Bonusbälle gekriegt. Aber auch fast eine Rotze. Ja, das war's. Das war's, das war's. Nächstes Mal machen wir hier weiter bei Adventure, bei der hier Flower Power Magic Dings. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.